Die Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch das dichte Blätterdach des farbenfrohen Waldes, während Blutachst und der Zwerg, Fargrim, inmitten der naturgewaltigen Kulisse mit dem kleinen Karren, der quietschend von einem Esel gezogen wurde, zu dem beschaulichen Dorf Heisen wanderten. Die Wipfel der Bäume fingen die Klangwellen ihrer Stimmen ein und warfen sie wie Echos zwischen den Baumkronen hin und her. Blutachst, mit dem Blick stets aufmerksam auf die Umgebung gerichtet, durchbrach schließlich die Stille. »Ist das nicht ein schöner Wald? Hier draußen, ferner ab des Heerlagers und dem Lärm, kann man die wahre Schönheit der Natur erkennen.« Fargrim, der bisher schweigsam neben ihr marschiert war, nickte zustimmend. »Ein schöner Wald, ja. Er erinnert mich an die Wälder im Norden, wo die Bäume von den Stürmen gezeichnet sind und die Luft nach Nadeln riecht.« Blutachst zog ihre Axt näher an sich heran, als würde die Erwähnung des Nordens sie an vergangene Kämpfe erinnern. »Du stammst also aus dem Norden?« Fargrim nickte erneut, sein Blick blieb auf dem Pfaden vor ihnen. »Ja, von den eisigen Höhen der nördlichen Gipfel. Ein harter Ort. Aber er formt einen, macht einen stark.« Die Goblin-Barbarin hob eine Augenbraue. »Rinorden, du meinst, Wenz, diese Tollhöhle?« Fargrim runzelte die Stirn, als Blut-Axt verächtlich ausspuckte. »U, Svens ist voller Trolle, die unser Land überfallen und brandschatzen. Sie sind eine Plage, ein Fluch, der auf Winholm lastet.« Fargrim nickte. »Ich verstehe deinen Geheul, Blut-Axt. Aber nicht jeder in Svens ist ein Räuber.« Er seufzte, und ein Schatten der Traurigkeit legte sich über sein Gesicht. »U, lass mich dir von meiner Kindheit erzählen. Blut-Axt. Einst lebte ich in einem kleinen Dorf hoch in den nördlichen Gipfeln von Svens. Ein friedlicher Ort, bis der Schrecken über uns kam. Seine Augen fixierten die Erinnerungen, als wäre er wieder in jener düsteren Zeit. Plünderer, brutale Horden überfielen unser Dorf. Sie zwangen uns, bis zum Tod miteinander zu kämpfen. Es war ein grausames Schauspiel. Die Erbarmungslosesten und Blutrünstigsten wurden. In ihre Reihen, aufgenommen der Rest, diente als rituelle Opferung für ihre neuen Schicksalsgötter. Ein leises Knirschen begleitete ihre Schritte, als sie durch das Dickicht wanderten. Mein Vater war Mitglied der Schmiedegilde, und sie respektierten nur eines. Stahl. Vor der Macht des geschmiedeten Metalls neigten selbst die Trolle ihren Kopf. In ihrer Achtung für das Handwerk meines Vaters fand ich Zuflucht. Als mein Dorf fiel, überlebte ich. Aber meine Seele blieb von den Schatten der Vergangenheit gezeichnet. Fagrim verstummte einen Moment, bevor er fortfuhr. In der Schmiedegilde fand ich eine neue Familie, eine Gemeinschaft, die mich lehrte, dass trotz der Dunkelheit die Hoffnung nicht verloren ist. Jeder Schlag war wie ein Balsam, der die Narben meiner Seele zu mildern vermochte. Brutax lauschte Fagrims Erzählung aufmerksam und spürte, wie seine Worte eine Brücke zwischen ihren Welten schlugen. Als der Zwerg geendet hatte, brach sie das Schweigen mit einer leisen, aber resoluten Stimme. Die Stahlpeitschen, nicht wahr? Meine Frau Großmutter hat mir von Ihnen Geschichten erzählt. Stimmt es, dass Sie mit ihren Peitschen Schmieden und sogar Stallonium verarbeiten können? Ihre Augen blitzten vor Neugier und Ehrfurcht auf. Fagrim nickte mit einem Stolz, der in seinen Augen aufleuchtete. Das stimmt. Die Stahlpeitschen sind Meister ihres Handwerks. Ihre Peitschen sind nicht nur Werkzeuge, sondern Erweiterungen ihrer selbst. Mit geschickten Hieben formen Sie das Metall, als würden Sie eine Melodie spielen. Stallonium. Nun, früher, vor dem Zeitalter der positiven Fehlerkultur, hatten wir die Fähigkeit, dieses göttliche Material zu schmelzen. Doch mit dem Verschwinden der Magie verloren wir diesen Zugang. Stallonium hat einen Schmelzpunkt von 41 Triaden, 717 Billiarden Kevins, eine Hitze, die ohne Magie unerreichbar ist. Ein Schimmer von Wehmut lag in Fagrims Augen, als er fortfuhr. Die Stahlpeitschen geben die Hoffnung nicht auf. Sie sind unermüdlich auf der Suche nach einem Weg, das Stallonium zu bearbeiten und die verlorenen Techniken wiederzuerlangen. Wenn ich nur einen Weg finden könnte, dieses verdammte Material zu bearbeiten, dann... Brut-Axt sah den Zwerg mitfühlend an und unterbrach ihn mit neugieriger Erwartung. Dann, dann was? Fagrim zögerte einen Moment, bevor er mit Entschlossenheit antwortete, »Dann würden Sie mich wieder in Ihren Reihen aufnehmen und mir endlich meinen Meistertitel anerkennen. Es ist das Ziel meines Lebens, die verlorene Kunst der Stallonium-Schmiedekunst wiederzubeleben und den Stolz meiner Ahnen wiederherzustellen.« Fagrim, der Zwerg mit dem kraftvollen Bart, ließ seine Erinnerungen lebendig werden, als er von seiner Meisterprüfung in der Schmiedegilde der Stahlpeitschen erzählte. Seine Augen leuchteten auf, und er begann, die Erschaffung seines perfekten Werkstücks zu schildern, ein Kunstwerk aus Flammen und Stahl, das die Essenz seiner Fertigkeiten einfing. Ein Nachttopf, gemacht für den König von Svens, den Tollkönig Adolf a Fiskrone. »Es war in den eisigen Höhen meiner Heimat, dem düsteren Land der nördlichen Gipfel, das ich mich dem wahren Handwerk verschrieb. Der Tollkönig Adolf a Fiskrone, ein Wesen, so anspruchsvoll wie die winterlichen Winde, verlangte nach einem Nachttopf von beispielloser Pracht. Es sollte ein Kunstwerk sein, ein Tribut an seine Herrlichkeit, geschaffen aus den tiefsten Schmiedefeuern meines Herzens. Nach einer Weile, als die beiden Stillen nebeneinander in Richtung des Dorfes gewandert waren, begann der Zwerg mit Inbrunst zu sprechen, und man konnte die Leidenschaft in seiner Stimme spüren. Die Mühen, die ich auf mich nahm, waren wahrlich ebisch. Durch wachte Nächte verbrachte ich damit, das perfekte Material zu beschaffen, das den Ansprüchen des Tollkönigs gerecht werden konnte. Über schneebedeckte Gipfel zog ich, durch dunkle Wälder und gefährliche Schluchten, um jenes Silber zu finden, das im Mondlicht schimmerte wie das eisige Herz des Nordens. Frostgeschmiedetes Eisen und verzauberte Rubine wurden zu meinen Verbündeten. Die Reisen, die ich wagte, waren voller Gefahren, von eisigen Stürmen bis zu den Angriffen wilder Bestien. Doch kein Opfer war zu groß für das Meisterwerk, das meiner Schmiedehand entspringen sollte. In den Hallen meiner Schmiede verbrachte ich Stunden, die zu Augenblicken schmolzen, ohne zu atmen, ohne zu rasten. Die feinen Ornamente formten sich unter meinem Hammer, als würden die Götter selbst mir ihre Gunst gewähren. Jeder Schlag war ein Gebet, jeder Funke, der emporstob, ein Zeichen meiner Hingabe. In der glühenden Hitze der Esse und im rauen Klang des Hammers fand ich meine Bestimmung. Mein Meisterwerk nahm Form an einen Nachttopf, der die Eleganz der Sterne, die Macht der Berge und die Kühnheit des Nordens vereinte. Jedes Detail war durchdacht, jede Linie ein Gedicht, geschrieben in den flüssigen Metallströmen meines Schaffens. Doch dann, in einem Moment der Unachtsamkeit und durch einen feigen Vertrauensbruch, wurde sein Meisterwerk gestohlen. Holger Johannsson, mein Widersacher, ein Schatten in der Dunkelheit meiner Schmiede, er erhaubte mir nicht nur das Metall, sondern meine Träume, meine Ehre. Die Schande klebte an mir, wie der Rauch an den Wänden meiner Schmiede. Fagrim schwieg einen Augenblick, bevor er mit einem Flackern in den Augen fortfuhr. Doch auch in dieser Dunkelheit fand ich meinen Weg. Die Geschichte meines Meisterwerks mag von einem Dieb weitergeschrieben werden, aber die Legende von Fagrim endet nicht hier. Mein Hammer wird weiter erklingen, und die Stahlpeitschen mögen hören der Norden, wird einen neuen Helden haben, und sein Werk wird größer sein als der Diebstahl, der ihn prägte. Der Zwerg lachte herzhaft, der Klang seines Grolls heilte durch den Wald wie das Ächzen eines riesigen Schmiedehammers. Vielleicht können wir ja herausfinden, wo sich dieser Holger Johannsson aufhält und ihn für den Diebstahl büßen lassen. Gerne würde ich dir dabei helfen. Ich weiß genau, wo sich dieser F***-Dieb aufhellte im Arsch des Trollkönigs. Holger Johannsson gab mein Meisterwerk für seines Aus, und der Trollkönig war so glücklich darüber, dass er ihm eine Stellung als Reichsmiedermeister in seinem Palast anbot. Hier in Heisen werden wir keine Hinweise finden, aber vielleicht zwei Schweine und ein Fass Bier? Ein gutes Essen für heute Abend. Brutaxt nickte verständnisvoll. Also war es nicht nur ein Werk, das gestohlen wurde, sondern auch eine Chance auf Ansehen und Ruhm. Nun, du wirst sicherlich deine Vergeltung finden. Und vielleicht finden wir auch Agro in diesen Wäldern. Ich spüre, dass er noch lebt. Der Zwerg lachte niederträchtig, während er in düsteren Farben von der Rache schwärmte. Ich glaube auch, dass dieser kleine Feigling noch lebt. Und dafür wird er seine gerechte Strafe erhalten. Nichts gegen dich, aber ein Goblin, scharf in Butter angebraten, schmeckt einfach großartig. Brutaxt versuchte, die morbide Vorstellung zu ignorieren, dass ihr Begleiter sich bereits auf die kulinarische Zubereitung ihres Freundes freute. Sie konnte nicht umhin, an die Gerüchte zu denken, die sie übers Fans gehört hatte, Geschichten von Goblins, die wie Vieh gehalten wurden, um letztendlich als Delikatesse auf den Tellern der Trolle zu landen. Ein Schauer lief ihr den Rücken hinunter, als sie sich vorstellte, wie der Zwerg vor nur einer Minute sein Herz und seine Leidenschaft offenbart hatte, während sie nun erkennen musste, dass dieser Schmiedemeister auch eine düstere, grausame Seite besaß. Die Natur um sie herum schien den Wandel der Atmosphäre zu spüren. Die Vögel sangen leiser und die Sonnenstrahlen durchdrangen das dichte Blätterdach mit einem schwindenden Glanz. Brutaxt wandte den Blick in die Ferne, während ihr innerer Konflikt tobte. In diesem Moment erkannte sie, dass sie mit einem komplett Wahnsinnigen unterwegs war und das Trolle immer Trolle bleiben werden. Die beiden Wanderer betraten das Dorf Heisen, dessen malerische Kulisse sich vor ihnen erstreckte. Es war Mittag, und die Sonne stand hoch am Himmel. Ihre Strahlen fielen sanft auf die alten Gemäuer und ließen das Dorf in einem warmen Licht erstrahlen. Doch trotz des idyllischen Anblicks konnte man den Hauch des Krieges spüren, der über dem Ort lag. Die Bauten des Dorfes waren von vergangenen Zeiten gezeichnet. Hohe alte Häuser mit verwitterten Fassaden und Dächern, die von den Jahren des Verfalls gezeichnet waren, prägten das Stadtbild. Zwischen ihnen erhoben sich jedoch auch neuere, niedrigere Gebäude, deren Ursprung auf den geschäftigen Fleiß der Goblins zurückzuführen war. Ihre Architektur wirkte klein und simpel inmitten der traditionellen Bauweise der alten, prunkvollen Gebäude. Die Straßen von Heisen waren belebt, jedoch nicht von der Lebendigkeit vergangener Tage. Alte Männer, Frauen und Kinder gingen ihren alltäglichen Beschäftigungen nach, die den Kampf gegen die Widrigkeiten des Lebens widerspiegelten. Hier und da konnte man das Klappern von Hufschlägen hören, wenn ein Bauer seine schwerbeladenen Wagen durch die Gassen lenkte, gefolgt von einem dumpfen Ächzen der Räder auf dem groben Pflaster. Die Gerüche des Dorfes umfingen die Wanderer wie eine vertraute Decke aus Erinnerungen und Traditionen. Es war ein Gemisch aus vertrauten Aromen, frisches Brot, das in den alten Backstuben gebacken wurde, der Rauch von Holzfeuern, der aus den Schornsteinen aufstieg, und der süße Duft von Blumen, der sich in den kleinen Vorgärten ausbreitete. Doch unter dieser scheinbaren Idylle lag ein Hauch von Melancholie und Verfall. Die Fensterläden einiger Häuser hingen schief, und an den Wänden bröckelte der Putz. Das Klappern der Hufe und das Wispern der Bewohner vermischten sich mit dem Summen der Insekten und dem Rauschen des nahen Flusses, dessen modriger Geruch wie ein dunkler Ton unter den Gerüchen des Dorfes lag. Die Szenerie am Flussufer war besonders lebhaft. Das Lagerhaus, das dort stand, wirkte wie ein Relikt vergangener Tage. Doch nun war es ein geschäftiger Knotenpunkt des Handels. Händler, Handwerker und Flussschiffer eilten hin und her, beladen mit Waren und Werkzeugen, während das Plätschern des Wassers eine beruhigende Kulisse bildete. Ein Blick zum Haus des Bürgermeisters verriet, dass es in neuem Glanz erstrahlte. Frische Farbe bedeckte die Wände, und fleißige Hände arbeiteten daran, das Anwesen zu verschönern. Es war ein Symbol der Hoffnung und des Wandels in einer Zeit des Umbruchs. Am Goblinhotel schien eine Feier im Gange zu sein. Das Gelächter und die Musik drangen bis zu den Ohren der Durchreisenden, und der Geruch vom gebratenem Fleisch und frisch gebrauten Bier stieg ihnen in die Nase, ein verlockendes Versprechen der Gemütlichkeit und des Zusammenseins. Inmitten dieser Szenerie setzten Blutaxt und Fagrim ihren Weg fort, durch die belebten Straßen von Heisen, bereit, sich den Herausforderungen und Geheimnissen zu stellen, die das Dorf für sie bereit hielt. Die belebten Straßen von Heisen führten Blutaxt und Fagrim auch am Alessandro-Tempel vorbei, dessen Tore weit geöffnet waren. Ein reges Treiben herrschte um den Tempel. Menschen strömten ein und aus. Einige knieten vor den Altären, während andere Gespräche führten oder sich in Gebeten verloren. Das Gemurmel von Riten und Gebeten mischte sich mit den alltäglichen Geräuschen des Dorflebens. Blutaxt, die den Tempel skeptisch betrachtete, runzelte die Stirn, während sie sich umsah. »Das ist seltsame!« murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu Fagrim. »Ich dachte, die Winterkönigin hätte diesen Kult längst abgeschafft. Warum darf dieser Tempel noch immer praktizieren?« Fagrim zuckte mit den Schultern. Sein Interesse an den religiösen Angelegenheiten war begrenzt. »Vielleicht haben Sie eine Sondergenehmigung,« antwortete er gleichgültig. »Oder die Winterkönigin hat wichtigere Dinge zu erledigen, als sich um einen kleinen Tempel in einem abgelegenen Dorf zu kümmern. Was geht es uns an?« Blutaxt nickte widerwillig. Das Gefühl der Verwirrung ließ sie jedoch nicht los. Sie beschloss, die Sache im Auge zu behalten. Die Atmosphäre des Dorfes umgab sie weiterhin mit dem bunten Mix aus Geräuschen und Gerüchen, während sie weiter durch die Straßen schlenderten, als sie endlich auf einen kleinen Stand eines Bauern stießen, der zwei Schweine verkaufte. Der Stand war einfach und rustikal aus grob behauenen Brettern zusammengezimmert. Ein paar abgenutzte Holzkisten dienten als Sitzgelegenheit für den Bauern und seine Kunden. Um den Stand herum lag ein schwacher Geruch von nassem Stroh und Erde in der Luft. Der Bauer, Reag Stingschwanz, stand hinter seinem Stand und betrachtete die beiden Neuankömmlinge mit einem skeptischen Blick. Seine roten Haare glänzten in der Sonne und seine stämmige Statur verriet die Kraft und Ausdauer eines Zwergs, doch seine grünliche Hautfarbe und die markanten Spitzenohren verrieten seine Goblinoidenwurzeln. Seine Kleidung war einfach und abgetragen, doch sein Blick war scharf und wachsam. Die beiden Schweine, die vor dem Standarm gebunden waren, sahen abgemagert aus, ihr Fell schmutzig und struppig. Ihre Augen waren trübe und ihr Grunzenklang schwach und müde, Fagrim hunzelte die Stirn, als er die Tiere betrachtete, und ein Ausdruck des Missfallens erschien auf seinem Gesicht. »Das sind aber magere Schweine,« brummte er, während er sie kritisch inspizierte. Reag Stingschwanz zuckte mit den Schultern ein leicht spröttisches Lächeln auf den Lippen. »Krieg ist Krieg, mein Freund,« antwortete er mit einem leicht spröttischen Tonfall. »Und Essen ist teuer geworden. Ihr könnt nehmen, was ihr kriegen könnt.« Fagrim schnaubte verärgert, seine Miene finster. »Das sind Wucherpreise für solch abgemagerte Säue,« knurrte er, seine Hände beiten sich zu Fäusten. Brutax legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Ruhig, Fagrim,« sagte sie beschwichtigend. »Er kann nichts dafür, dass der Krieg die Preise in die Höhe treibt. Wir müssen nehmen, was wir bekommen können.« Mürrisch schnickte Fagrim, seine Miene immer noch finster. »Es ist ja nicht mein Geld,«, murmelte er grimmig, während er dem Bauern das Geld für die beiden Schweine übergab. Reag Stingschwanz zählte das Geld nach und nickte zufrieden. »Ein kluger Kauf, meine Freunde,« sagte er mit einem verschmitzten Grinsen. »Die Schweine werden euch gut ernähren, solange ihr sie zu schätzen wisst.« Blutax und Fagrim verließen den Stand des Bauern, ihr Geist schwer von den Gedanken an den teuren Preis für die mageren Schweine. Doch bessere würden sie nicht finden. Also machten sie die Schweine an den Wagen fest und machten sich auf den Weg zur dicken Kuh, wo sie hofften, ein Fass Bier erwerben zu können. Die beiden Wanderer betraten die Taverne zur dicken Kuh, deren massives Holzdor sich knarrend öffnete, um sie willkommen zu heißen. Ein schwacher Geruch nach Rauch und Bier erfüllte die Luft, während das Gemurmel der Gäste und das Klirren von Geschirr ihre Ohren erreichte. Der Wirt, Rui, ein grobschlechtiger Mann mit einem wachsamen Blick, wandte sich ihnen zu, sein Gesicht von einem Ausdruck der Mürrischkeit gezeichnet. Trotz der wiederholten Nacktheit des Zwergs ließ Rui keinen Kommentar fallen, sondern begrüßte sie mit einem knappen Nitten. Fargrim, unbeeindruckt von Ruys Haltung, trat vor und verlangte nach einem Fass Bier. Während der Wirt die Bestellung erfüllte, nutzte Blutachst die Gelegenheit, um ihn über den Alessandro-Tempel zu befragen. Warum praktiziert der Alessandro-Tempel immer noch? fragte sie direkt, ihre Mine ernst. Rui, während er das Fass aus seiner Hinterkammer rollte, antwortete mit einem Achselzucken. Der Magister des Tempels, Ruf Dreckheck, ist ein echter Magier. Er kann heilen und in diesen Zeiten ist es wichtig. Unser Herr Bürgermeister hat wohl eine Vereinbarung mit Ihnen. Sie zahlen eine gute Summe dafür, dass sie weiter praktizieren können. Blutachst nickte nachdenklich, als sie diese Information verdauten. Es war klar, dass die politische und magische Landschaft des Dorfes komplexer war, als es auf den ersten Blick schien. Sie bedankten sich bei Rui und bezahlten das Fass Bier, bevor sie es schwer beladen zu ihrem Karren trugen, um dann den letzten Teil ihres Auftrags zu erfüllen. Die beiden Wanderer verließen die Taverne zur dicken Kuh, beladen mit dem Fass Bier, und machten sich auf den Weg, einen Zimmermann für ihre bevorstehende Aufgabe zu finden. Die Straßen von Heisen waren nach wie vor lebhaft, und die Sonne stand noch immer hoch am Himmel, als sie überlegten, wo sie am besten nach einem Zimmermann suchen sollten. Fagrim kratzte sich nachdenklich am Bad und wandte sich dann an Blutachst. Ein Zimmermann. Hm, vielleicht sollten wir am Flussufer nachfragen. Dort, wo das Lagerhaus steht, gibt es sicher einige Leute, die sich's mit Holz und Konstruktion auskennen. Blutachst nickte zustimmend. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Wenn es hier in Heisen einen fähigen Zimmermann gibt, wird er wahrscheinlich in der Nähe des Hafens zu finden sein. Lass uns dorthin gehen. Die belebten Straßen führten sie zum Hafen, wo geschäftiges Treiben herrschte. Schmutzige, sonnengegabte Gestalten eilten hin und her, beladen mit Waren oder Werkzeugen, als ob sie von einer unsichtbaren Peitsche getrieben würden. Die Flussschifffahrer und Verlader fluchten und schimpften lautstark, als Blutachst und Fagrim mit ihrem Karren und den zwei abgemagerten Schweinen im Weg standen. Sie verfielen in einen Sturm aus schmutzigen Flüchen und Obszönen ausdrücken, die in der Luft hingen wie eine unheilvolle Wolke. Zum Teufel! Verfluchte Hölle! Könnt ihr nicht sehen, dass ihr mit Tross im Weg steht? Brühlte einer der Flussschiffer und fuchtelte wild mit den Armen herum. Ein anderer mit einem dicken Wams und einem breiten Hut fluchte. Ein dritter mit einem struppigen Bart und einem mürrischen Blick schimpfte weiter. Aufgüttes Abfall, eine gebürtige Promenadenmischung. Macht euch aus dem Weg, bevor ich euch in den Arzt trete. Die Flussschiffer und Verlader drängten sich um Blutachst und Fagrim herum, ihre Stimmen verschmolzen zu einem ununterbrochenen Strom aus Beschimpfungen und Verwünschungen, die durch jedes Ohrenschmalz drangen. Doch Blutachst und Fagrim blieben gelassen, während sie sich durch die Flucherei hindurchkämpften. Schließlich hörten sie einen lauten Streit in der Nähe des Lagerhauses. Ein Drachkin, dessen schuppige Haut in der Mittagssonne glänzte, stritt mit einer hageren Gestalt über die Qualität des von ihm gefertigten Sarges. Blutachst und Fagrim tauschten Blicke aus und entschieden sich, näher zu treten, um die Diskussion zu verfolgen. Der Drachkin, dessen Name wohl vorgar Felddrag, hatte ein imposantes Erscheinungsbild mit glänzenden Schuppen und einem kläftigen Körperbau. Die hagere Gestalt, ein alter Mann mit zittrigen Händen, schien mit der Qualität des von Vorgar gefertigten Sarges unzufrieden zu sein. Blutachst und Fagrim beobachteten die Auseinandersetzung eine Weile, bevor sie beschlossen, sich einzumischen. Blutachst trat vor und sprach den Drachkin an. Was ist hier los? Braucht ihr Hilfe? Vorgar Felddrag drehte sich zu ihnen um und seine Augen glänzten im Licht der Sonne. Ach, Soldaten der Königin, vielleicht könnt ihr mir helfen. Dieser alte Schafskopf hier... Er zeigte auf den alten Kunden. Oh, behauptet, der Sarg sei nicht seinen Preis wert. Aber seht selbst, er ist stabil und gut gearbeitet. Er trat mehrfach fest gegen den Sarg, um sein Argument zu bekräftigen. Der alte Mann schüttelte seinen zotteligen Kopf und murrte vor sich hin. Gerne, Vorgar. Ich wollte nur einen verfluchten Sarg für meinen verstorbenen Idioten von Bruder kaufen, nicht den ganzen Kohlerösenladen. Es ist zu teuer, du Idiot. Noch dazu minderwertig. Blutachst überprüfte den Sarg genauer und konnte erkennen, dass die Handwerkskunst von Vorgar solide war. Dennoch konnte sie die Sorgen des alten Mannes verstehen. Mann, der Sarg ist gut gearbeitet. Wenn ihr ihn nicht wollt, werden wir ihn nehmen. In Kriegszeiten muss man nehmen, was man bekommt. Nachdem der Streit mit dem alten Mann beigelegt war, bezahlte dieser Mürrisch den geforderten Preis für den Sarg und schleppte ihn davon. Blutachst und Fahrgrimm wandten sich nun dem Drachkin Vorgar Felddrag zu, der mit einem zufriedenen Lächeln auf sie zukam. Danke, dass ihr euch eingemischt habt, sagte Vorgar. Die Leute verstehen nicht, dass Qualität ihren Preis hat, besonders in diesen Zeiten des Krieges. Aber genug davon. Wie kann ich euch helfen, Soldat? Blutachst, ihre Neugier geweckt, trat näher zu Vorgar. Was genau machst du hier, Vorgar? Ich sehe, dass du sehr gezimmerst. Bist du Zimmermann? Vorgar, ein stolzer Drachkin mit glänzenden Schuppen, legte sein Werkzeug beiseite und betrachtete die beiden Gefährten mit einem nachdenklichen Ausdruck. In der Tat, Soldat, das Leben als Zimmermann ist in diesen Zeiten sowohl herausfordernd als auch lohnend, begann er seine tiefe Stimme, halte über den geschäftigen Hafen. Mit dem Krieg und den Trollbanden, die aus dem Norden kommen und dieser Pest von Affen, die sich in den Wäldern vermehren wie Karnickel, ist die Nachfrage nach Särgen gestiegen. Die Leute hier wollen vorsorgen, sicherstellen, dass ihre Lieben in Würde bestattet werden, falls das Schlimmste passiert. Sein Blick wanderte zu den halbfertigen Särgen, die in der Sonne glänzten. Fargrim mit seinem Interesse für handwerkliche Kunst betrachtete die Särge genauer. Es ist eine eindrucksvolle Arbeit, die du hier machst, Vorgar. Wie schaffst du es, die Qualität zu halten? Besonders in Zeiten wie diesen, Vorgar lächelte stolz. Es erfordert Geduld, Geschick und ein Auge für Details, antwortete er. Jeder Sack muss perfekt sein, denn er ist das letzte Zeugnis für das Leben des Verstorbenen. Ich nehme mir die Zeit, um sicherzustellen, dass jedes Stück heute sorgfältig ausgewählt und bearbeitet wird. Blutachst nickte anerkennend. Es ist bewundernswert, wie du dich um die Bedürfnisse der Gemeinschaft kümmerst, Vorgar. Wir sind auf der Suche nach Holz für Reparaturen an einem Dach. Könntest du uns helfen? Vorgar, seine Augen leuchteten vor Interesse, nickte zustimmend. Natürlich, ich kann nicht euch helfen, aber wohin soll das Holz geliefert werden? Blutachst und Fargrim tauschten einen Blick aus, bevor Blutachst antwortete, »Wir möchten das Holz zur alten Wacht am Fluss geliefert haben.« Ein Ausdruck der Überraschung huschte über das Gesicht des Drachkin. »Die alte Wacht am Fluss? Seid ihr etwa dort stationiert?« »Oh!« Seine Stimme klang nun hellhörig. Fargrim nickte entschlossen. »Ja, wir sind dort stationiert.« »Da nun die Soldaten der Königin am Fluss sind, um das Land zu schützen.« »Müssen die Einwohner des Dorfes sich weniger vor Tollen und Affen fürchten?« Vorgar runzelte die Stirn, während er ihre Worte aufnahm. »Dort spukt es doch!« bemerkte er besorgt. Brutachst schüttelte den Kopf. »Wir haben mit dem Spuk dort bereits abgerechnet.« versicherte sie ihm, »Nur diese Affen machen uns zu schaffen. Wir haben gestern nach deinem guten Mann verloren, als sie uns angriffen.« Fargrim nickte ernsthaft. »Wir waren nicht darauf vorbereitet, und sie überfielen uns in großer Zahl. Es war ein harter Kampf. Wir müssen das Dach unserer Wacht reparieren, um besser vorbereitet zu sein.« Vorgar überlegte kurz und sagte dann, »Das verstehe ich. Nun, ich kann euch das Holz liefern, aber es wird bis morgen früh dauern. Die Affen sind bei Nacht am aktivsten, und ich möchte nicht das Risiko eingehen, nicht vor Sonnenuntergang zurück im Dorf zu sein. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung.« Bluthaxt nickte zustimmend. »Morgen früh ist perfekt. Wir werden uns darauf vorbereiten, die Affen abzuwehren, wenn sie wieder auftauchen. Wie viel Holz könntest du uns verkaufen, und zu welchem Preis?« Vorgar dachte kurz nach, bevor er antwortete. »Ich kann euch genug Holz für die Reparaturen besorgen, und der Preis wird fair sein. Die Nachfrage ist hoch, aber ich bin nicht hier, um die Leute auszunehmen. Wir können uns auf einen guten Handel einigen, Soldaten. Soldaten...« Vorgar Feldrak dachte einen Moment nach. »In diesen Zeiten des Krieges sind Materialien knapp. Ich kann euch das Holz für zehn Silber pro Planke verkaufen.« Fagrim runzelte die Stirn. »Das scheint mir etwas teuer zu sein, besonders wenn es sich um gewöhnliches Bauholz handelt. Wie wäre es mit acht Silber pro Planke?« Vorgar zögerte kurz, bevor er einwilligte. »Gut, acht Silber pro Planke. Aber bedenkt, das ist bereits ein Freundschaftspreis.« Die beiden willigten ein, und Vorgar wirkte zufrieden und begann bereits, das Holz für die Lieferung vorzubereiten. Die beiden Helden bedankten sich bei dem Drachkin für seine Hilfe und machten sich bereit, die belebten Straßen von Heisen zu verlassen. Bevor sie gehen konnten, legte Vorgar jedoch eine schuppige Hand auf Bluthaxtschulter und neigte seinen Kopf zu ihr. »Soldatin!« hört einen Rat von einem alten Handwerker. »Heisen ist gut geschützt, dank Bürgermeister Zirkan und seinen Söhnen. Sie haben das Dorf vor vielen Bedrohungen verteidigt. »Wenn ihr königliche Wachen seid, rate ich euch, euch nicht mit ihnen anzulegen. Sie haben schon die letzten königlichen Wachen in derselben Wacht eingemauert, in der ihr euch jetzt aufhaltet. Seid vorsichtig, werdet euch ihrer Macht bewusst.« Bluthaxt und Fahrgrimm tauschten einen Blick aus, bevor Bluthaxt antwortete, »Wir werden vorsichtig sein. Vielen Dank für den Rat, Vorgar. Möge dein Handwerk immer erfolgreich sein.« Die beiden Helden verabschiedeten sich von dem Drachkin-Zimmermann und machten sich mit dem versprochenen Holz auf den Weg zurück zur alten Wacht am Fluss. Während sie durch die belebten Straßen von Heisen schlenderten, hörten sie das Geräusch von Hufschlägen und das Flüstern der Bewohner, die über die Soldaten der Königin tuschelten. Die Spannungen in Heisen waren förmlich zu spüren und die Helden waren sich bewusst, dass ihre Anwesenheit in diesem Dorf mehr Aufmerksamkeit erregte, als sie sich vorgestellt hatten. Auf dem Weg zurück zur alten Wacht am Fluss, während die Sonne langsam hinter den Bäumen versank und das Dickicht in ein goldenes Licht tauchte, teilte Fahrgrimm der Zwerg mit dem kraftvollen Bart, Blut axt seine dunklen Pläne mit. Seine Stimme heilte durch den Wald, als er seine kulinarischen Visionen von Agro, dem feigenkleinen Goblin, enthüllte. »Oh, Blut axt, stell dir vor!« begann Fahrgrimm mit einem teuflischen Glanz in seinen Augen. »Agro, dieser kleine Feigling, wird das Hauptgericht unserer Rache sein. Ich sehe ihn schon vor mir, in Form eines leckeren Salats, mit knackigem Grünzeug und einem Hauch von Zitrusfrüchten.« »Oder vielleicht als herzhaftes Gulasch, langsam geschmort mit köstlichen Kräutern und Gewürzen. Die Möglichkeiten sind endlos.« Blut axt von den finsteren Gedanken ihres Begleiters, zutiefst schockiert, schwieg zunächst unfähig, ihre Empörung zu verbergen. Doch sie wusste, dass sie ihre Bedenken nicht aussprechen konnte, ohne einen Zwist mit Fahrgrimm zu riskieren. Die Stille wurde plötzlich durch einen schrillen Schrei durchbrochen, der durch die Baumwipfel heilte und die Vögel aufscheuchte. Ein Schauer lief den Rücken von Blut axt herunter. Fahrgrimm und Blut axt tauschten einen bedeutsamen Blick aus. Und in diesem Moment wussten sie beide, dass ihre Allianz an diesem Punkt endete. Das Rennen um das Leben von Agro hatte begonnen. Musik Musik